Vor etwa 10.000 Jahren sahen die Bewohner von Los Angeles wohl so aus. Dieser Mammutschädel und dieser Faultierschädel sind einige der mehreren hundert Fossilien, die Archäologen in den vergangenen fünf Jahren beim Ausbau einer U-Bahn-Linie zutage befördert haben. Die Forscher erhoffen sich von der Untersuchung der Fossilien auch Erkenntnisse über den Einfluss des Menschen auf das Aussterben der Eiszeittiere. Es hilft uns zu verstehen, inwiefern sich Ökosysteme, die Umwelt und die Tiere in Los Angeles in den vergangenen Tausenden von Jahren als Folge verschiedener Faktoren verändert haben, die für uns heute interessant sind, wie zum Beispiel Klimawandel. Die Fossilien werden von Paläontologen mit Chemikalien und anderen Stoffen präpariert, damit sie erhalten bleiben. Unter der Erde wurden sie durch Teer konserviert, der durchgesickert war. Der Knochen wurde nach Tausenden von Jahren aus seiner natürlichen Umgebung entfernt. Man hat ihn aus dem Dreck, aus dem Schlamm herausgeholt und jetzt trocknet er aus. Er ist zum ersten Mal seit der Eiszeit den Elementen ausgesetzt. Die U-Bahn-Ausbauarbeiten in Los Angeles waren für Archäologen bisher sehr ergiebig. An mehr als 200 Stellen wurden sie fündig, vor allem im heutigen Zentrum der kalifornischen Metropole, das zur Eiszeit von Wiesen und Wäldern bedeckt war.